Alles ändert. Heute wollen wir, glaube ich, das Dach machen. Ist das richtig? Genau, ja. Und eigentlich habe ich noch gedacht, dass wir vielleicht schauen, dass wir noch etwas an Leder kommen. Das hat ja Dodos unten am Strand, dass wir die töten. Damit wir einen Schmelzofen bauen könnten, um dann, wenn wir genügend Erze haben, die zu verbrennen. Wir kriegen da Besuch. Zum Glück haben wir hier Fenster eingebaut. Bessere Rüstung, vielleicht bessere Waffen oder so herstellen können auch... Enten läuft einer weg. Da unten ist ein Spieler. Aber hinten, ja. Ja, oder? Ja. Bessere Pieke und so herstellen können, die man ein bisschen länger hält. Ist ja kein PvP-Server. Ich möchte das betonen. Wir spielen PvE ganz lieb und brav. Äh, was muss ich jetzt wieder machen da? Wo gehst du jetzt hin? Du bist schon unten, hä? Ja. Ich hab da immer noch mit dem Spielmenü... Wollt ihr noch... Vielleicht hat er Angst bekommen? Ja, ich wohnte eh rum, wegen, dass wir ein bisschen Leder vielleicht fahren können. Der ist weg. Und wenn wir jetzt sterben, jetzt haben wir ja ein Bett. Haben wir ein Bett? Ja, eins haben wir. Ja. Dann erwachen wir da wieder, oder? Ja, also du musst dann schauen auf der Karte. Es frag dich dann, wo du den Respawn willst. Ob ein Bett, das zeigst dir dann an. Ja, nur so. Das letzte Mal bin ich ja da ein, zwei Mal oder zehn Mal gestorben. Hallo. So, bist du da hinten? Bist du das oder was? Ja, aber bin ich hinten. Oh, ich hab ein bisschen heiß. Ich muss mal ein bisschen ins Wasser. Oder ich brauche auch... Seh' ich grad. Oh, hallo. Hallo. Kann man das los rüber? Ich wollte grad sagen, das wäre noch eine coole Insel hier. Ja. Ja. Wir hätten hier bauen sollen, das ist ja geil. Schön flach. Ja, stimmt. Die ist auch noch... Ja, wir können ja immer wieder bauen. Ja, dann ziehen wir da noch hier hin. Das ging ja schnell eigentlich das letzte Mal. Und Fisch. Hallo Fischi. Kannst du die auch töten? Ja. Ja, dann kannst... Weißt du wie abbauen, oder? Äh, Körper 10. Äh. Da steht bloß Körper 10, weil da steht ja nichts. Ne, kannst du... Nimmst du die Axt oder die Pike am besten und dann haust du drauf auf den Kadaver. Musst du ab und zu, glaub ich, mal Luft holen. Genau, ja. Okay, jetzt haben wir rohes Fleisch, okay. Ah, siehst du das, wenn ich das äh... Wenn ich das töte? Oder wenn ich da Fleisch einsammle? Na, ich hab dir jetzt zugeschaut, ja. Aha, ich hab dich gar nicht... Wo bist du eigentlich, wenn du mir da zuschaust? In der... Hier, dichter, komm zurück. Ja, jetzt, ja. Aha. Was machst du? Wenn ich da kurz umsehen... Ja, umsehen, wir sollten hier bauen. Hey, das ist ja mega cool. Da könnten wir ein riesen Gehege machen für die Tiere. Ja. Alles so flach. Uh oh. Es wird Nacht. Was ist nachts? Dunkel, oder ist da noch... Aber nicht so viel. Ja, das wär cool. Ja, das wär cool. Könntest du da irgendwie so eine Hängebrücke rüberbauen? Das wär noch cool. Cool. Ja, könnte man auch. Planting könnte man auch, weil es hier alles flach ist, könnten wir auch die Tiere dann mal hinnehmen. Da könnte man auch gleich anfangen mit Wasserleitungen. Okay. Äh, jetzt greife ich mal hoch. Du könntest dein Boot direkt in der Base haben. Ich könnte mein Boot in der Base haben. Okay. Da könnte ich mir ein Piratenschiff bauen. Ja. Ja. Äh, ich glaub, ich geh wieder zurück. Ich muss, glaub ich, irgendwie was essen. Aber das ist verdammt flach hier. Eben, das wär natürlich mega cool zum Bauen. Weil oben war ich jetzt schon eingeschränkt wegen dem Boden. Du bist erschöpft. Hast du denn... Also ich glaub, das Fleisch ist wahrscheinlich jetzt dann verdorben. Äh, ja. Weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich zurück, aber jetzt ist es verdammt stockfinster hier. Ich find den weg gar nicht mehr. Ich hab ne Fackel. Hab ich eigentlich auch ne Fackel? Ich hab, glaub ich auch ne Fackel. Was? Ich hab bloß ne Fackel zum Hinstellen. Ich hab eine. Äh, mir wird irgendwie schwummerig. Ist Beeren oder irgendwas. Ja, ich hab noch keiner. Keine Beeren, warte mal. Wie muss denn die wieder... Welche Taste ist das schon wieder? Was? Heieck, glaub ich. Ach so, zum Essen. Ja. Jetzt hab ich grad ein paar Beeren. Boah, da krieg gleich wieder Verdauungsbeeren. Probleme hier. Hehehe. Hehehe. Ich würd ja mitkommen, aber du bist so schnell. Ach so, ja, ich hab das ein bisschen geskillt. Wir wehen uns gefühlt durch Court. Aha. Hab mich schon gewundert, wie... Wie kann sie wieder so schnell sein? Händen. Oh nein, das ist ein Viech. Okay, das ist jetzt natürlich im Dunkeln ein bisschen schwierig hier irgendwas zu machen. Für mich jedenfalls. Ja, das ist doch blöd. Haben wir da. Ja, die Frage ist wirklich, ob wir da nicht drüber ziehen möchten. Kannst du das hier abbauen, oder wie? Ja, also du baust, äh, du hast schon ein bisschen Verlust, aber wir hatten das ja eigentlich echt schnell. Also ich würd's dann schon abbauen, damit du die Materialien hast. Und rüber und gleich wieder craften und aufstellen. Ja, grundsätzlich hatten wir das ja schnell. Wir haben jetzt ja auch noch nix groß... Oder wir farmen diese, also das Holz und so hast du ja auch schnell zusammen, dass wir das zusammenfarmen und dann erst hier abbauen. Falls was ist, dass wenigstens das Bett noch steht. Und wie ich ja vorhin sagte eben, dass wir Leder kriegen. Ich muss dann ein paar Tierchen töten gehen. Erstens auch für Fleisch, jetzt wenn du da schon mal verhungern bist. Ja. Und auch, dass wir Leder haben, dann später für den Ofen und eben auch zwei Betten. Und man könnte's theoretisch, können wir das eigentlich stehen lassen, so wie es ist. Weil das so flach ist, das könnte es mega gut einzäunen. Das wäre nicht so schwierig. Verdorbenes Fleisch ist da drin, 30. Ja, nicht essen, ja. Aber auch nicht wegschmeißen. Kannst du das rausnehmen mal? Oder kannst du da nicht, wenn ich drin bin? Doch, das geht ja glaube ich jetzt, Neuerlings. Weil ich hab noch ein bisschen Fleisch eigentlich da. Ah, vom Fisch. Vom Fisch. Roher Fisch. Weil mit verdorbenem Fleisch und den Akku-Beeren kannst du dann, wenn wir später Mörser machen, können wir dann so Gifte herstellen, die wir dann auf Pfeile machen können. Also Betäubungspfeile. Wo wir dann auch Tiere zähmen können. Also betäuben und dann zähmen. Deswegen verdorbenes Fleisch nicht wegschmeißen. Ich mach das mal in den Schrank. Ähm. Aber wie ging das? Ist das irgendwie verschieden? Ja. Wie mache ich dann das Feuer an? Aha. Dreieck. Ja, ich hätte ja gemeint, wir lassen das erstmal hier so, auch wenn wir kein Dach haben. Dann hätten wir hier doch noch eine Möglichkeit uns zurückzuziehen. Oder wie du sagst, hier steht das Bett. Und fang eigentlich drüben nochmal an. Ja, das wär cool. Ist grad blöd, dass wir jetzt eigentlich gerade anfangen wollten. Und das ist noch... Ob schon. Ich bin der Meinung, es ging nicht so lange. Die Nacht, äh, auf dem Server. Habe ich jetzt die blöde Fockel hier. Warte mal, was kann ich denn da nicht auch eine Fockel machen? Da habe ich da noch Fundament, dass ich grad zwei. Was müssen wir alles haben? Ähm, okay, wir brauchen natürlich dann... Schrank, warte, jetzt mache ich mal noch einen Schrank für drüben. Und ein Feuer. Und wie viele Fundamente kann ich herstellen? Ich habe doch da mal Fackeln hingestellt. Das ist jetzt schon wieder, jetzt habe ich schon wieder Dost. Meine Güte. Oh, Entschuldigung. Ich hätte das Zeug nicht trinken sollen, äh, essen sollen. What? Bo? Oh. 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 Die Fackel brennt im Wasser nicht. Ähm, das soll Tag werden. Ich habe jetzt schon einen Schrank gemacht, das habe ich jetzt im Inventar, ein Lagerfeuer und bin jetzt am Fundamente machen, dass wir das drüben dann hinstellen können. Was soll ich machen? Willst du die Wände machen, Fensterwände? Also ich brauche... Ja, dann Holz, oder weh? Holz und Fasern. Oh, sieh mal, wie süß. Oh, oh. Oh, oh. Das ist ein böses Tier, glaube ich. Ja. Weg da. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Es sind zwei. Oh. Oh nein, das ist unser. Der eine ist da, glaube ich, unser. Gut, gut, gut. Abbauen, dann haben wir Fleisch. Hast du das abgebaut? Nein. Äh. Doch, das ist weg. Du solltest jetzt, glaube ich, Fleisch im... Das ist unser da, dieser. Aha, jetzt hätte ich ihn bald abgebaut. Nein! Okay. Ich habe es zu spät gesehen. Äh, jetzt sollten wir Fleisch wieder haben, oder was? Boah, mein Inventar ist so voll. Das liegt überhaupt nicht, tue ich. Ja, ich habe da irgendwie 25 Fleisch jetzt. Und... Warte mal, was ist denn das da? Müsst ihr jetzt nicht irgendwie Leder auch haben, oder was? Ist das Leder? Leder 11. Super, ich habe es mal wieder geschafft. Ich bin überladen. Okay. Okay, es ist eigentlich... Ja, zum Anfang ist es wahrscheinlich am schwierigsten hier. Äh, bis man dann irgendwie ein bestimmtes Level hat, nehme ich mal an. Ja, es geht. Es ist jetzt halt einfach, dass wir uns jetzt wirklich festsetzen und dann anfangen zu bauen. Und dann ergibt es... Vielleicht immer so ein bisschen von selbst. Ah, es wird dark. Cool. Oh, ich sehe schon wieder nichts. Ich habe schon wieder so ein Vieh hier vor mir. Das wie sicher jetzt uns festlegen... Kann nicht sehen. Die Location mal machen und, äh... Das Bett haben wir schon zugesichert. Ah, da läuft Specki. Das ist auch einer von uns. Was machen wir da hinten? Da schon was gefahren. Jetzt habe ich noch mehr Leder und noch mehr Fleisch. Kann man das Fleisch denn... Also muss man das gleich essen, wenn man es da im Ofen schmeißt. Das kann man ja nicht irgendwie... Das hält einfach nicht ewig. Das wird... Das verdirbt dann. Weil das andere Fleisch, was jetzt verdorben war, das haben wir ja letztes Mal reingeschmissen und heute war es verdorben. Verdirbst denn, wenn wir eigentlich, äh... Sag ich mal, nicht spielen. Verdirbst dann trotzdem, oder was? Ja. Okay. Boah, ich muss mich hier zur Hütte schleichen. So langsam bin ich... Was ist das da? Jetzt habe ich Mist gebaut. Mist? Können wir schon Mist bauen? Nein, ich habe alles fallen gelassen. Nein, ich habe alles fallen gelassen. Wie lässt man das fallen? Das habe ich auch schon mal versucht. Ich kriege es nicht... Ich werde es nicht los. Das Zeug. Ich werde es nicht los. Oben steht das immer. Was du... Was für Befehle du machen. Man geht weg. Ja, dann komm. Ah, das braucht aber ewiges Fleisch, bis da fertig ist im Feuer. Ja. Na, es geht. Lässt du mir dann bitte auch was übrig, weil ich glaube ich da nötig... Ja, wie nehme ich dann da die Holzkohle raus? Jetzt. Okay. Ja, ich lasse dir auch was übrig, vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Okay. Okay. Okay, sind noch 10 drin. Ich versuche mal noch, welches rein zu machen. Schauen, ob ich das hier hinbekommen. Oh. Ich habe jetzt... Also ich mache noch gleich zwei Türrahmen und zwei Türen für drüben. Ja. Und benötigen wir dann wirklich nur die Wände und Fenster. noch eine Türe. Jetzt habe ich acht Fundamente, aber... so kann ich das jetzt essen ich habe glaube ich nur mit essen zu tun und hier irgendwie von a nach b zu kommen und sie baut da irgendwelches zeug kill doch dein essen als kannst du auch noch killen dann mit den punkten dass du da vielleicht weniger schnell dann so wie auch die geschwindigkeit ja das habe ich letzt mal eigentlich schon irgendwie gemacht gehabt so jetzt muss dann noch aha ok da kann man auch nicht auch hier laufen doch was geht holzwand das ist eine coole rampe schon für hoch das wollen wir so bist du am essen ich bin beim vorher habe so viel fleisch jetzt drüben und jetzt weiß ich nicht ob wir das haus vielleicht ein bisschen weiter hinten bauen wollen und hier vorne dann das gehege für die tiere das wo man gleich erreicht weißt das war natürlich nicht schlecht damit wir das zum wissen hinter den felsen vielleicht bauen aber zu mir gerade überlegen wie wir das anstellen am besten ob wir bauen das hier dass die erste plattform wo wir da drauf waren dass das er dann später weiß dass wir das schon alles einzeln die komplette insel aber dass das vielleicht dann für das zugang dass wenn da zum boot können dass die tiere dort sein könnten oder was meinst du soll ich das haus zu mir spielt keine rolle ich würde hinten an irgendwie ich komme mal rüber ich würde hinten an die wand machen damit wir da auf den großen felsen was da ist kannst du oben irgendwann so hoch bauen können damit wir oben drauf können und falls wir mal so fluch saurier haben können von da aus starten weißt und vorne würde ich eigentlich platz machen für bist du noch im haus sorry ich habe 13 fleisch bei aber ich weiß nicht wie ich es dir geben kann so ich habe raus raus